Ein Geizkragen geht in ein Hotel, um eine Zimmer zu mieten. Da entgegnet ihm der Portier, Wir haben nur noch Zimmer mit Blick aufs Meer, aber die kosten 20 Euro mehr. Nachdem der Geizkragen kurz überlegt hat, antwortet er, Und wie viel kostet es, wenn ich verspreche, kein einziges Mal hinauszuschauen?